Ich war jetzt schon sehr lange Zeit immer in Südafrika und da werden die Kinder ganz anders erzogen. Also die Kinder dürfen dort ganz viel, die klettern mit vier Jahren schon im Baum, die Eltern sitzen da gemütlich bei einem Glas Wein, die Kinder klettern da auf 15 Meter Höhe, die Kinder als Vierjähriger kriegen sich solche Buschmesser geschenkt. Das ist einfach so, wenn sie runterfliegt, dann wird sie es schon merken, das ist nicht so. Ich wohne in Wien vis-à-vis von einem Park und da sehe ich oft, ich mache oft Trainings im Park und da sehe ich oft so die Mütter, die Kinder, die dürfen keine zwei Meter, gerade dass sie es nicht anleinen, weil man halt denkt, ja also wie soll das Kind mal ihr Leben scharkeln, wenn sich nicht einmal entscheiden kann, ob ich da jetzt auf das Göttergrößte solare auf oder nicht.